Heute in diesem Video. Hm, warum steht denn da 1.29 aktiv in mein Gebot? Moin Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video. Also, ja, ähm, ja, einfach nur peinlich. So. So, also, ich guck Hefte, also Werbung, nicht altmodisch, ja, äh, wie man halt so kennt, so durchblättern. Ich bin, was das angeht, bisschen moderner und, ähm, ähm, ja, tu halt, mit dem Handy hab ich so eine App drauf, dann guck ich da halt Hefte an, so. Manchmal geh ich da oder öfter bin ich im Laden und dann guck ich nochmal online, also auf dem Handy, was ich gerade mal gebot, so. Ja, das hab ich heute gemacht. Dann bin ich wieder kaufen gewesen, hab's Hefte anguckt, hab ich gesehen, sechs, ähm, Würstle, also so wie eine Würstle, so ähnlich oder sowas, ähm, für 88 Cent. Habe ich im Hefte gesehen. Dann laufe ich da so ein Würstle hin. Zum Regal. Also, normalerweise kosten sie 1,29 und, äh, laut dem Heftele im Handy, da, waren sie auf 88 Cent. So. Dann laufe ich jetzt zum Regal hin. Hm, warum steht denn da 1,29, sagte ich, wenn man gebot, weil ich da, da hab ich auf Datum geguckt, oben, ab 6.1., das war dann quasi gestern. Ja, bin ich da, ist nur noch, äh, Mitarbeiterin gelaufen, die beim Kaufner arbeitet. Dann hab ich gefragt, warum ist denn da mein Angebot? Hab ich da gezeigt, ja, das Datum ist richtig, Kaufner und Heftlein, also das richtige Heft war richtig, ja. Hat das Würstle mitgenommen, mit so Wurstlein, wie hat das da Blatt durchblättet oder keine Ahnung gemacht. Ja, und dann hat das Heftlein mitgebracht, da hat sie durchgeguckt, nicht gefunden. War ich auch mittelverwirrt, was ist da los? Nun ja, End vom Lied. Ähm, Kaufland ist, alle Angebote ist nicht, ähm, einheitlich, sondern regional. Also, ähm, kurz gesagt, äh, das Angebot, was ich gesehen hab, war gültig in Berlin. Ja, blöd. Äh, ja, und war halt dann in Reutlingen nicht im Angebot. Ja, ganz peinlich, ich bin dann nur noch schnell weggegangen, weil es mir einfach unangenehm war. Weil ich spiele da so eine große Mocke, so, hey, das muss ein Angebot sein, laut im Heft. Ja, und dann war es halt, wie gesagt, äh, ja, nur ein Regionalangebot. Hm, peinlich, peinlich mal wieder, ne. Ja, aber ich dachte, ich dachte, Kaufland, ich wusste ja, dass zum Beispiel Netto, Nord und Süd, ne, kennt man ja, Netto, äh, Nord, ist da so ein, äh, so ein schwarzer Hund drauf. Und Süd ist halt, ja, nix. Netto halt. Genauso wie Aldi, Aldi, Nord und Süd, weiß mehr, da getrennt ist. Aber ich dachte, Kaufland ist Kaufland. Und da ist Deutschlandweit das gleiche Angebot, dachte ich immer. Aber anscheinend ja doch nicht. Ja, so kann man sich irren, ne. Äh, naja, egal. Danke für die Zukunft, bis zum nächsten Mal, ciao.